Was geht ab YouTube? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal was komplett anderes. Wir spielen Fortnite, aber wir spielen so eine Art Rot gegen Blauen. Da ist so ein Typ an unserem Spawn, der nervig ist die ganze Zeit. Den holen wir jetzt erstmal. Let's go. Hier spielen quasi zwei Teams gegeneinander. Ein rotes Team und ein blaues Team. Ich bin bei den Blauen und wir spawnen halt auf unserer Seite. Wir müssen halt jetzt so viele wie es geht von den anderen töten. Ich bin jetzt gespannt, wie das Ganze jetzt ausgehen wird. Also, ja, gehen wir mal direkt zu den Spawn, Alter. Okay, in den Spawn haben sie sich alle halt, wie soll ich sagen, verbreitet und wir müssen jetzt halt versuchen, die zu holen. Jetzt kommt einen, einen haben wir schon geholt. Mein Ziel ist es, 100 Kills zu machen. Oh, warte, damit wäre ich schon Platz zu fliegen, wenn ich 100 Kills machen würde. Aber das könnte natürlich sehr schwer werden. Wo sind die ganzen Gegner? Hier müssen noch welche sein. Ich gehe mal jetzt hier, kommen wir da rein, einfach in die Olga. Oh mein Gott. Hier ist so einer. Let's go, wir haben jetzt noch einen geholt. Sehr, 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 nice. Okay, bisher haben wir wie viele Kills? Ja, oh man, okay, wir sind jetzt, wir sind drei Kills im Vorsprung gegen die. Also, es geht jetzt bis gerade. Wir müssen halt natürlich gewinnen. Das wäre sehr gut, das wäre sehr, sehr, sehr gut. Aber ich weiß gar nicht, wo meine Teammates sind, was machen die alle? Und den, oh mein Gott, wenn wir den jetzt holen würden. Oh mein Gott, nein. Ich will halt nicht in der Entspawn reingehen, kann ich überhaupt. Oh mein Gott, ich kann einfach in der Entspawn reingehen. Oh mein, okay. Ah, aber ich kann hier nichts bauen. Ich kann hier nichts bauen, ich kann hier nichts bauen. Und ich bekomme Schaden, wenn ich in der Entspawn bin. Also, es ist ganz gefährlich. Komm, wir machen jetzt mal was ganzes tun. Wir müssen uns zuhause gehen einfach da rein. Nein, schade, Alter, okay. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Egal, wir holen uns jetzt neue Waffen, Leute. Wir holen uns jetzt krasse neue Waffen, dann geht es nicht ab. Okay, welche Waffe habe ich noch nicht? Sturmgewehr müssten da sein. Oh, diese Waffen wollte ich... Oh mein Gott, was gibt es denn für krass Sachen? Alter, ich kann mir einfach eine Minigall holen. Ich will nämlich komplett verarschen. Alter Schwede! Okay, Leute, wir haben gewonnen. Jetzt geht es einfach nach ganz oben. Ja, komm her. Komm her, oh mein Gott, Alter Schwede. Das ist so geil. Wo sind die Leute? Ich kann unendlich damit schießen. Das ist krass, das ist krass. Was ist das für eine Waffe? Alter, was gibt es hier für krasse Sachen? Aber jetzt mal im Ernst. Okay, Leute, let's go. Wir gehen jetzt nochmal mit der Waffe rein. Es wird, glaube ich, richtig krass. Es wird einfach geisteskrank. Let's go. Kommt mal her, hallo. Wo seid ihr denn? Ah, da ist ja einer. Oh, sorry, Bruder. Oh. Ja, ihr wisst nicht von wo, ne? Ihr wisst nicht von wo, ne? Äh. Äh. Alter, das ist so krass. Das ist so krass. Da ist einer. Komm, wir holen uns den auch. Oh mein Gott. Okay, okay. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh mein Gott. Was habe ich mit ihm gemacht? Let's go. Wir haben den auch noch geholt. Jetzt gehen wir die Minigun holen. Hey, hey. Hey. Alter, das ist so geil. Es ist so geil, dieser Spielmodus. Wo sind die? Ach, da ist ja unser Lieblingsspieler, den wir gerne finden. Oh mein Gott. Er ist nicht schlecht. Nein, er ist nicht schlecht. Er ist gut, er ist gut, er ist gut. Okay. Nein, Bruder. Wir holen uns jetzt unser Kill wieder zurück. Was denkt ihr, wer er ist eigentlich? Denkt ihr, er ist krass oder so? So, wir gehen jetzt da komplett rein. Wir jumpen in den Space-Liter und holen uns, was uns zusteht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich wollte jetzt nicht nachher suchen. Komm doch mal her. Oh. Komm, wo, Junge? Ja, 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 ja. Ich muss diesen. Alter, Eskalation. Wo sind die? Wo sind die? Ja, komm doch mal her. Junge, Mann. Ah, oh mein Gott. Oh ja. Ja, Mann, Alter. Ich hab ihn geholt. Was machst du da? Komm da raus. Komm her, ey. Du willst dich gegen dich anlegen, oder was? Du willst dich gegen dich anlegen, oder was? Nein, schade, Mann. Nein, schade, Mann, schade, Mann, schade, Mann, schade, Mann. Wie entwickelt sind wir? Wir haben 58. Okay, wir brauchen nicht mehr so viele. Dann haben wir gewonnen. Wir brauchen echt nicht mehr viele. Dann haben wir echt gewonnen. Komm. Wee. Let's go. Alter, dieser Modus ist richtig geil. Der Modus ist eine Legende einfach. Komm, hier, wo ist der Gegner? Wo ist der Gegner? Hey. Ah, hier. Wir gehen da rein. Es geht ab, Alter. Na, wie geht's dir so? Wir gehen mal nach ganz oben und schauen mal, was da abgeht, oder was wir jetzt runterspringen. Wo ist der Gegner? Alter, wo bin ich jetzt? Hä? Da ist einer. Hey, komm runter. Ich kann damit nicht schießen. Oh mein Gott, da ist gut alles zurückgesetzt. Oh, komm, komm. Ja, Alter. Let's go. Haben wir jetzt Seiten getäuscht, oder was ist jetzt passiert? Ich will die meisten Clues haben. Let's go. Komm, 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 komm. Hey, was ist jetzt los? Nein, 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 nein. Was ist jetzt los? Es ist so ein... Äh, hä? Da habt ihr gerade gesehen, wie krass das geleckt hat, aber... Oh, was war das aber gerade für ein Leck? Komm, wir holen uns jetzt den Kill zurück, Alter. Überall. Oh. Ah, ist doch so schlecht. Ich hab's sogar gebaut. Alter Schwede. 73 zu 66. Leute, ich muss jetzt nachholen. Ich merke das. Ich muss nachholen ein bisschen. Aber viele sind von uns irgendwie auch weg. Okay, Leute, wir müssen die Minigar rauspacken. Da vorne ist unser erster Opfer, der darf schon auf uns warten. Komm, 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 komm. Oh mein Gott, Alter, was hab ich mit ihm gemacht? Okay, wo seid ihr denn? Da vorne, ne? Ja, komm doch mal her. Wie geht das so nach ganz oben? Hä? Alter, das macht gar keinen Sinn. Aber egal, egal, egal. Wir schießen nicht ab. Komm runter, Junge. Komm runter jetzt. Alter, Bro, es macht keinen Sinn, was sie machen. Ich weiß nicht, was ich jetzt mache, Leute. Genau. Oh, da vorne ist ja schon jemand. Let's go. Let's go. 77. Nein, die holen langsam echt auf. Oh mein Gott, es wird so spannend. Es wird zu spannend, Leute. Ey, wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann... Dann ist es scheiße. Nein. Nein, 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 nein. Ja, Junge, was heißt, Leute? Du bist eigentlich, Mann. 80 zu 77. Let's go. Oh mein Gott, Leute, Leute, Leute. Es wird sehr spannend. Es wird sehr spannend. Es wird sehr spannend. Let's go. Oh mein Gott. 88. Let's go. Wir haben aufgeholt. Wir haben aufgeholt. Wir haben aufgeholt. Scheiße, bis 100 ist nicht mehr viel. Komm, ey, du kleiner Schlinge. Du blauer Mann, Alter. Was denkst du, du bist? Äh. 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 Wo bist du? Wo bist du? Komm, 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 komm. Let's go. Okay, wir haben nicht mehr viel Kills. Wir haben nur noch 8 Kills. Komm her, komm her, komm her, komm her. Komm her, komm her, komm her, komm her. Er muss jetzt sterben, eigentlich, Mann. Er ist kurz vor dem Scherben. Let's go, Leute. Ganz wichtig, ganz wichtig. Das war sehr wichtig. Noch 4 Kills brauchen wir. Komm her, komm her, komm her, komm her. Let's go, let's go, let's go, let's go. Komm, wir gehen da einfach rein. Wir gehen rein, Idioter. Let's go. Bam. Okay, schade. Wir haben ihn nicht bekommen. Wo ist er? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Will ich dir alle aus dem Lande genommen? Glauben ab. Will ich dir auch sein? Glauben ab. Hä, wie, wie, wie haben wir jetzt nicht gewonnen? Ah, hä? Wir haben doch gewonnen, Leute. Wir haben doch schon längst gewonnen. Was ist das denn jetzt? Ich dachte, wir haben jetzt gewonnen. Hä? Ich dachte, wir haben jetzt gewonnen. Mann, Junge. Wie lange dauert es denn noch, bis wir gewinnen? Ist da irgendeine Zeitangabe? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Let's go, let's go. Komm, 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 komm. Ich mag ihn gar nicht. Ich will ihn einmal töten, Leute. Ich will ihn einmal töten, aber Leute, was ist das? Wir haben eigentlich gewonnen. Und das zählt nicht, Leute. Das geht so nicht weiter. Ich sag mal so. Danke fürs Zuschauen. Kuss geht raus an alle, die reingekommen sind. Äh, heute mal ein anderes Video. Ich weiß nicht, was ich, äh, morgen machen werde für ein Video. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr euch so gerne wünscht. Und dann schau ich mal, ob ich das gleich aufnehmen kann für morgen. Und ansonsten, ich küsse euer Herz. Äh, bis zum nächsten Mal.